Was geht denn hier alles kaputt, ey? Hi, Pavel! Na, ist dir kalt? Ich kann dich auch gerne töten! Verbrennen! Verbrennen! Der Rum hier ist furchtbar! Zeig mal her! Das ist kein Rum! Das ist Ode-Wie! Was zum Zweiten der Stars? Whisky! Wie auch gewöhnt, und wie auch gewöhnt, und wie auch gewöhnt, und wie auch gewöhnt, und wie auch gewöhnt. Wer redet denn hier? Ich vermisse Marie, eine tolle Frau, niemals stark mit einer Treuerin. Boah! Nie eine treuere Seele getroffen. Boah, hast du getroffen? Weil ja dort eine Hochzeit. Super. Ist auf jeden Fall sehr treu. Pass mal auf, da oben ist eine... ...linge Glocke Glocke. Aber da! Ah, wenn ich aber ausgerutscht jetzt... Na, nochmal. Okay. Ich muss mal hier lang. Da gibt's einen wunderschönen Platz, wo ich gerne möchte. Man, ja, ganz ehrlich, diese Flocken sehen aus wie Dunen. Also Feder-Dunen. Was ist denn los? Ich hab nix gemacht, ihr Schweine. Jetzt krieg ich dir aus dem Maul. Oh, plötzlich greifen die mich an. Ich hätte euch von hinten assassinieren können. Aber ihr hättet euch in Ruhe gelassen. So. Oh, ist mir auch scheißegal. Was? Französische Schiffe auf sie warten. Wer hat mehr Schiffe, weißt du das? Die Engländer aber. Sie haben sie aufgeteilt. Haben sie mehr als die Spanier? Schwer zu sagen. Die Spanier bleiben im Süden. Ist hier zu kalt. Ja, kann nicht gut verstehen. Das ist ne Boygroup-Band hier oder sowas. Schönen Move hier. So, hier ist auch irgendwo was anderes. Irgendeine Karte. Keine Ahnung, was ist denn das? Die ist hinter der Mauer. Die Karte. Die Karte. Die Karte, okay. Nein, er ist drauf. Okay. Aber jetzt bin ich jetzt mal wieder da oben hin. Geisel befreien. Um entdeckt zu werden. Welche Geisel. Andere Seite. Auf dem Vorsprung. Ich werde zu suchen gehen. Und wenn ich sie schon finden. Die sehen mir aus, als wenn sie gefangen worden. Kein soll, ich werde euch retten. Hu, 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 hu. Es sind jetzt keiner. Da hinten. Das ist ja unglaublich. Ohne entdeckt zu werden, ne? Schon verkackt. Kommt weg, Max. Ähm. Ja. Ja. Zu 100%. Ich war noch vor, da hätten jetzt irgendwas... Okay, äh... Wir kicken mal. Wir kicken mal. Wir kicken mal. Wir kicken... Wir kicken mal. Der eine kickt nach da, der andere kickt nach da. Direkt auf mir. Kicken sie. Das heißt, wir werden jetzt hier in den Händen. Werden nicht entdeckt, weil man es direkt hier... Du schwein! Nein, alles in Ordnung! Au! Schwein! Ich verarschen. Stirb, du Lappen! So. Ich habe das noch nie zu jemandem gesagt. Aber ich verdanke euch mein Leben. Wäre auch merkwürdig, wenn du es zu jeder dritten Person sagen musstest. So, ich will da oben hin. Ja! Ich will da oben hin und deswegen verstecken sie erstmal da unten runter. Jetzt müssen wir den Weg finden. Da ist noch was. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop Meine Fresse, wie unnötig war das denn jetzt? Okay, jetzt nochmal da hoch. Oh, kann der Junge auch mal zu stöhnen? Das geht gar nicht, Alter. Ein Kollege von mir hat das hier ganz viel gespielt. Der Kuro. Habe ich das auch jedes Mal gehört, aber jedes Mal das direkt auf die Ohrlappen drauf. Ey, das ist widerlich. So, einmal hier. Ne? Obligatorisch im Kreis. Nein. Da hinne. Genau. Können wir noch die Tempelkarte holen, die da hinter der Mauer ist? Wenn wir schon mal hinter der Mauer sind, dann... Oh, warte mal, wir sind es schon da. Das ist baldig, es ist kalt. Ja, ich hab's dir gesagt, dass es kalt ist. Aber du hörst ja nicht auf mich. Ja, Leute, das steht da, ihr müsst mich dazwischen labern. Machen wir aber. Ja, nee. Ist klar. Wuh. So. So. Ein schönes Ding. Schönes Ding. Es war so sinnlos jetzt. Okay, warte mal, wir markieren uns mal diese Kräste Karte hier. Ich hab dir gesagt, dass es kalt ist. Jetzt kommt der Schwarz hier nirgendwo drauf, oder was? Ich bin ein fette Atazine, ich kann auf Steinen nicht drauf gehen. Das ist unsere einzigste Schwäche. Das heißt, wenn die Templer uns besiegen wollen, müssen sie uns einfach nur Steine vorm Weg stehen. Wir sind vollkommen hilflos. Okay. Ich sterbe. Nicht sterbe. Nicht sterbe. Nicht sterbe. Nicht sterbe. Nicht sterbe. Nicht sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ja, ihr Schweine meint, ich würde sterben. So viel vertraut ihn zu mir. Okay. Okay. Jetzt bin ich hier, aber immer nur nicht da. Hoch, hoch, hoch. Hinter der Mauer ist es, ob der Mauer drauf. Sobald ich noch den Schwung sparen kann. Das passt! Was hab ich gefunden? Nordatlantik. Okay. Was auch immer. Gucken wir mal, wenn wir eine Zeit haben. So, wollen wir mal ein bisschen die Story vorantreiben. Wuiiii! Vor allem sind die anderen. Nun, Louis Joseph, wie läuft der Pelzhandel? Tja, meine Familie bekommt davon kein Fleisch auf den Teller. Wollt ihr Fleisch? Überfallt englische Bricks. Die haben besserweise davon. Oh ja, die irische Öffnung bringen viel Fleisch. Nicht wahr? Ihre Verwaltung ist gut. Weit besser als die der Leute ihr. Okay. Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgebaut. Wo kommt die jetzt umplötzlich her? Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Ihr könntet stärkere Waffen gebrauchen. Lechasseur, darf ich euch vorstellen? Unser Partner, Chef Cormac. Rose Beef. Ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne. Mit vielen Zeichnungen. Pflanzen und Tieren, so wie in einem Opium-Rausch. Gab es keine Karte? Keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Rosebeef-Sarmin gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er? Ja, er kennt Washington. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shane, wir werden ihn suchen. Euch zirgelt unser Dank. Dafür mussten wir jetzt so weit reisen. Hätten sie nicht per SMS oder sowas senden können? Die Schiffe beginnen, drei Minuten versenken. Okay, ja, cool. Fortsetzen bitte. Sehr schön. Okay. Meine getreuen Untergebenen. Vielleicht hab ich gesabbert. Nicht da hoch. Was ist das? was man vernünftig aufnehmen kann jetzt die ganze Zeit das Roxy Game Capture die erste Variante ich muss mal überlegen ob ich den HD äh Capture hole weil ich eigentlich bis jetzt sehr zufrieden mit Roxy war von wenn man es viel selbst reparieren kann mit der CD es ist ganz praktisch man muss also nicht da ist irgendwie Updates und sonst irgendeinen Scheiß machen ja er hat es ganz genau gesehen doch zu schreien jetzt so lass mich mal rein jetzt keine Ahnung was jetzt hier drinnen will es sieht auf jeden Fall geräumiger aus als bei Dingens das Problem ist immer noch was ich hier sehe wo mal ist Achterpenter so jetzt lass mich hier und so danke was haben wir denn hier Feines so und wir haben boah Katana ist ja nice Katana ist das erste was ich bei der Zimbo-Kalypse auftragen würde also bei mir umtragen würde aber ihr Schwerder ist klar natürlich gleich die mächtigsten Beckenherklinge so 14.000 13.000 10.000 Kursi m das ist die ausgerüstet haben um mich gerne gerade wenn wir sonst einfach die dinger sind tödlich schneiden durchs fleisch durch wie sonst was desweiteren spritzen nicht so viel blut damit durch die gegend und eine tröpfchen infektion ist damit verringert was haben wir denn hier alles morgen reuzeuten kanonen können wir verbessern aber ich will jetzt eigentlich noch gar nicht verbessern so ein bisschen ein bisschen sparen vielleicht muss ich auch mal die ampun ein bisschen verbessern damit man jetzt die größte natürlich auch jagen kann und was mir mein herzen weh tut irgendwas zu jagen nach das ist tabak ok das ist stoff ist ganz klar dass da oben stoff dass das stein warum habe ich stein das ist metall und holz ok super hier sind und andere reihenfolge als da oben das ist natürlich praktisch ich habe kein stoff ach so nicht ausgerüstet sofort wird zur renovierung von gebäuden gebraucht ok das war das andere zucker ne zucker und ähm rum rum weißt du genau das muss ich gerade alles durchgehen zackern rum weißt du noch was wir verkaufen kann anscheinend können wir hier noch gebäude verbessern oder sowas ich habe keine ahnung wir gucken mal ähm so wenn wir da jetzt rausgehen wir gucken mal wollen wir weiter machen jetzt haben wir irgendeine information bekommen ich habe kein Plan was ich machen soll